Das ist schön, aber das ist viel zu lange, das Auffang ist leider vorbei. Nein, nicht. Dann kann man die Aussicht besser genießen, bei dem anderen ist es gut. Ja, dann kannst du die Aussicht genießen, wenn der andere das macht. Das ist so schön. Nee jetzt ruht sich die langsamer. Das ist so schön. Nee jetzt ruht sich die langsamer gleich. Heeeey! Was springt du so? Ja. ARD Text im Auftrag von Funk